Wir sind zurück zu Max Payne 3 und seiner weiteren Folge. Ich glaube jetzt haben wir alle erwischt. Mein Name ist Zuggefunden. Ich habe noch einen Weg durch den V.I.P. Lounge. Rich fools lieben einen privaten Exit. Ich war noch in Gefahr. Ich werde dich wegziehen. Ich werde dich wegziehen. Ich werde dich wegziehen, dein Geist! Was ist das? Was ist das? Was ist das? Hey, das ist der Lieblingsberater von Sao Paolo. Wie geht's, Mann? Das ist nicht gut. Einige Leute nahmen Giovanna und Febriana. Was? Jesus, Max! Hey, ich bin auf meinem Weg! Nein, 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 bleib in der Chopper. Wir brauchen einen Weg aus hier. Ich gehe nach den Frauen. Wir brauchen einen Weg aus dem Lounge. Komm her, komm her. Ich kann nicht hier. Ich muss hier sein. Ich muss das Tür nicht nach hinten. Ich habe alle anderen aus. Bist du ein B****. Mann, Mann, Mann! Mann, 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 Mann! 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 Mann, 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 Mann! Mann, 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 Mann! Mann, 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 Mann! Ich muss mal einen Penk hier da reinschmeißen, um mich zu heilen. Schauen wir hier rein. Ich bin ein Amerikaner. Ja, ich bin von Steele, Norddakota, aus dem Bismarck. Anders Stetling. Das ist ein Ort. Sie sagten, dass es ein bisschen fresh ist. Aber ich habe nicht erwartet, dass es so ist. Nein? Nein, ich habe gesehen, ich habe gesehen. Ich war 25 Jahre alt. Ich habe gesehen, die Menschen, die mit den Kombinen verletzten. Ich habe gesehen, die Freunde, die nur mit ihren Geschmack haben. Aber eine Schmack in eine Disco? Du warst ein Schmack? Ja, ich habe gerade ausgesucht. Oh, was ein Leben. Das war's. Und es gab mir das Geld, um eine Familie zu erzeugen. Ich habe eine Frau in der Wisconsin-Kollege. Und ein Junge, der spielt Fußball von Minnesota State. Willst du ihre Bilder sehen? Nein, nein. Das ist okay. Das klingt toll. Das war's. Das war's. Diegüste, diegüste, diegüste hier. Das war's. Das war's. Oh, ich dreite. Ich gehe gerne. Es lieblich, der Mann, ex-Cos. Diegüste! Das ist eine Sache, Max. Komm her, du Rotte. Da gibt's bestimmt irgendwo Hinweise. Zeit um. Achso. If only that was the worse news they received that day! They were still alive. This crew was starting to look a lot like friends of the Gate Crashers at last week's party. These guys had some real issues with the Broncos. They were about to finish the job. Ich dachte, es war Zeit, zu beginnen zu machen. So, dann nehmen wir wieder eine Ozi mit. Die ist ziemlich gut. Schauen wir mal. Hier gibt es bestimmt versteckte Sachen. Ja, ich sehe schon was. Goldene Mini-Waffe. Ich muss mich beeilen. Jetzt hätte ich sie... Gut, dass es Kugelsähe ist, weil die hätte jetzt vorher geschossen. Das ist voll der Sarkasmus. Der nächste Mal. Das war's. Diese Leute waren nicht so gut. Das Ort war wie Bagdad mit G-Strägern. Ein paar Sekunden mehr, dann habe ich einen vollen St.Cleaner eine kraftvolle Zeit gemacht. Jetzt habe ich einen Rennen. Ich muss mich aufhören. Halt mich auf! Halt mich auf! Komm schon, komm schon! Jesus, Max! Ich kann dich nicht verlassen. Du bist für fünf Minuten. Was ist da passiert? Sie schiefen uns! Die gleichen Leute aus der Partei, glaube ich. Sie holen die Mädchen und Marcelo. Aber er ist jetzt hier. Ja, keine Angst vor mir, homie. Ich bin der Typ, der dir viel Geld verdient, um mich zu schützen, was du trinkst? Ich glaube, du bist so. Du bist da für fünf Minuten. Du bist so. Du bist so. Du bist so. Komm her! Komm her! Komm her! Komm her! Komm her! Komm her! Du bist verrückt! Geh das, Leber! Max, du musst etwas tun! Komm her! Komm her! Komm her! Jawohl! Geh mir! Der schlechte Schütze! Sie macht den Verfolger ab. Sie macht den Verfolger ab. Du kannst ihn verloren! Nein! Geh ihn raus, Max! Geh ihn raus, jetzt! Geh ihn raus! Geh ihn raus! Geh ihn raus, jetzt! Oh! Geh ihn raus! Verfolger ab. Geh ihn raus! Oh! Fuoco! Oh! Was du wütend hast du? Blech auf! Keine Angst, ich sehe sie! 4! Was wirst du mit der Hand machen? Ich weiß nicht! Ich nehme sie mit einer Freundin. Die Kopf ist schlecht. Ja, aber gut. Sie ist für den RUF! Wir müssen um diese Sache. Wie ist das? Wie ist das? Ich habe die Beobachtung! Oh, look! Look, sie ist! Sie ist nicht zu machen! Gott, dammit! Das ist doch! Das ist doch! Ich geh schon zurück! Komm schon zurück! Ich schreib uns vor! Ich geh schon zurück! Na, du kannst wieder zurück. Bevor du hast, du musst. Backlash! 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 Jawoll! Backlash! Genau, man! Raketenwürfe abknallen! Rakete abknallen! Und wieder sind wir auf uns alleine gestellt! Ich habe nur eine Munition. Okay, gut. Gut. Pain killers. Was ist hier? Nein. Der Lippo! Der Lippo! Der Lippo! Er hat mich aufgetragen! Er hat mich aufgetragen! Der Lippo, die Putze! Hier geht's wahrscheinlich lang! Die Gegner da herkommen! Oh oh! So ungenervt die Empfehlung, Jutsi! Böken, ich bin am f altri! Bevor sie ihm bitte! Lippo, duag! llevar ihm Arsch Was ist das? Gevanna! 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 Over here! What's happening? Where were you? Are you all right? Well, do I look all right? Don't worry. We're gonna get you out of here. Bastos. Where is he? Is he okay? We need to make a quick detour. He's fine. He's right there. Oh my God. It's Kaul! Gevanna! Kaul! What are you doing? Gevanna! Hey! Nothing. Seems like I wasn't the only guy around here who had taken his eye off the ball. Are you okay? My weakness was the drink. Paso's was the sister. Things were turning pretty ugly in this town. The boss's girl was gone. And part of me wished I was too. Und wieder sind wir in der Wohnung und trinken. Und Tabletten. Und noch ein Drink. Okay. Well, what choice do we have? We have never paid out ransoms before. But I don't know. I don't like the feeling of this. What about you, Max? I don't know. I'm no expert on hostage negotiations. I know people who are, but they're in America. We don't have time for America. I know you're right, Marcelo. It's not like I don't have the money to pay. Father made a lot of money. We have always been targets. We all know that. But much as it pains me, I don't see we have a choice. Maybe after we paid, we find out who did it. We have them. But we all know what I'm saying. Who do you think is targeting your family? Haters. Who can say? Life in this country is not easy. You can see that. I've tried to do business the right way, but that's not always possible. I've had a crummy safety gemacht. Of course I made enemies. But I've also paid a lot of bribes. I have no idea. It's probably that street gang trying to get a knife. I don't know. People I know have tried to reach out to this group. Commando Sombra. They're not from any of the favelas around here. They're linked to the drug business now. What have I got to do with drugs? Nothing. Everybody loves money. I just want my wife back. We can take the money to them. I got another one I can't do it. I met them all. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Geldübergabe. Und schon sind sie wieder Bewaffnete da. Das wird nicht gut ausgehen. Hey, hey! A gun. Put the gun down. Put the undergun. Slow, slow, slow. What's he sayin'? Open the bag. Show me it's full of money. Easy, pal. Easy. Uh oh. Apparently someone up in the nosebleeds didn't like the game we were playing. The money was gone. Then I was next if I didn't get off that field. The bullets came from long range. They were well armed professionals and I was starting to feel decidedly amateur. Make sure. You okay? Yeah.